Hi, mein Name ist Bianca Bunde. Ich bin 1986 in Hamburg geboren und seit 2009 in der Automobilbranche tätig. Seit dem 1. Juli 2021 arbeite ich hier im Porsche Zentrum Hamburg Nordwest. Privat wie auch beruflich lasse Pferdestärken mein Herz höher schlagen. Als allererstes bin ich ein Porsche Macan gefahren. Am meisten Spaß macht mir, dass ich Menschen glücklich mache mit einem total tollen emotionalen Produkt. Und dass man wirklich das Glück und die Freude in den Gesichtern der Menschen sieht, wenn sie ein Auto gekauft haben oder abholen. Mein Lieblingsmodell ist ein 911er 4S Cabrio. Schwarz. Neuwagen. Nach Bella Italia. Mein Hobby ist mein Pferd Coolman, wo ich gerne am Wochenende auch mal zu Springturnieren fahre oder auch einfach nur einen schönen Austritt bei den netten Wetter genieße. Da ich ein Hamburger Dern bin, schlägt mein Herz für beide Mannschaften und ich freue mich, wenn beide gewinnen. Alster. Hallo, ich bin der Carsten und ich bin froh, dass wir die Bianca für unser Team gewinnen konnten. Also Bianca, maximale Erfolge. Schönen Dank.